Jetzt eine Meinung zum Boxkampf. Guck mal, auf jeden Fall, Freunde, ich wurde schon, während ich live bin, öfters gefragt, was meine Meinung zu diesem Boxkampf zwischen Herrn Bösemann und Manülsen ist. Ich denke, die meisten von euch haben es mitbekommen. Ich habe auch keinen Bock, mir diesen Kampf jetzt im Livestream anzugucken, sage ich euch ehrlich. Weil ich denke irgendwie, dass es so sich über jemanden lustig machen oder ihn bloßstellen. Und ich bin kein Fan davon. Vala, ich muss auch ehrlich zugeben, Manülsen tut mir in dieser Sache sehr, sehr leid. Also ich habe wirklich sehr großes Mitleid mit ihm, weil ich weiß, die haben sich die ganze Zeit hin und her gebieft. Der eine hat eine Ansage gemacht, der andere hat eine Ansage gemacht. Aber am Ende des Tages, irgendwo ist Manülsen ein erwachsener Mann mit Familie, Frau und Kind. Und in der Anfangsgeschichte dieser Sache hat er auch sehr, sehr oft versucht, diesen Boxkampf aus dem Weg zu gehen. Man hat das gemerkt. Also er wollte diesen Streit eigentlich vermeiden. Es wurde irgendwie so gefühlt darauf hinaus provoziert, dass er gezwungen wurde, diesen Boxkampf zu machen. Dann hat er sich darauf eingelassen, ist in diesen Boxkampf reingegangen und hat am Ende des Tages durch K.O. jetzt verloren. So, die Sache ist einfach, Freunde, ihr müsst bedenken, das ist auch nichts Leichtes, in diesen Boxring zu gehen. Die ganze Anspannung, die Nervosität, also das ganze Adrenalin. Es ist nicht immer so, wie wenn du in einem Sparring bist. Wenn du wirklich vor diesen Zehntausenden von Leuten, sei es online oder jetzt vor Ort stehst und da in diesem Boxkampf bist, ist es keine leichte Sache, das alles zu bewältigen. Und ich glaube, jeder, der einmal kurz in Manus Face geguckt hat, wird einfach sehen, dass der Typ angespannt sein Vater ist. Und er tut mir jetzt einfach leid, weil eine Milliarde Leute über ihn Memes machen werden, sich über ihn lustig machen werden. Leute, die irgendwie, keine Ahnung, in Vergangenheit Streitereien mit ihm hatten und sich darauf richtig aufgeilen werden. Das tut mir leid, das ist wirklich sehr, sehr traurig, weil am Ende des Tages, das ist ein Mann, der fast schon ein hohes Alter erreicht hat. Und auch wenn ich nicht so komfort bin mit vielen Dingen, die im Internet er sagt oder mit gewissen Statements, die er droppt, habe ich so gewisses Mitleid mit ihm. Ich verstehe aber manche Leute, die jetzt gegen ihn schießen werden, so aufgrund dessen, dass die eine gewisse Vergangenheit miteinander haben, weil die sich immer miteinander geblieft haben. Und vielleicht auch, weil Manu Elsen manche Dinge gesagt hat, die gegenüber einem anderen vielleicht nicht so korrekt sind. Vielleicht hilft ihm diese Sache jetzt weiter, so ein bisschen zur Besinnung zu kommen und zu dem Boden der Tatsachen zu droppen. Und ich hoffe, er wird sich jetzt durch diese Sache, Inshallah, ins Positive entwickeln und nicht in ein Loch fallen aus Depressionen, weil Millionen von Leuten Memes über ihn machen werden. Ich wünsche ihm auf jeden Fall ganz viel Kraft und Durchhaltevermögen und Heer Inshallah. Sonst kann ich nichts dazu sagen, Freunde. Ich weiß nicht. Kein Grund, gegen ihn zu schießen. Er hat seinen Mann gestanden und Respekt gezeigt. Guck mal, Mimo. Und das Problem ist, in der Vergangenheit gab es ja Situationen, wo es gewisse Statements gab mit Patsch, Patsch, Patsch und der lag da und er wurde schlafen gelegt und so weiter und so fort. Und du weißt leider, Bro, das Internet vergisst gewisse Statements. Sehr schwer bis gar nicht. Und jetzt kommen halt die Leute mit all diesen Sachen zurück auf seinen Kopf und kritisieren ihn dafür und machen sich über ihn lustig. Und das ist halt das Ding. So, deswegen, ihr werdet schon sehen, die Leute werden sehr viele ekelhafte Memes über ihn droppen. Generell, bei ihm habe ich das Gefühl, dass er leichter attackierbar dadurch ist. Wieso ich auch so großes Mitleid mit ihm habe, manchmal, er sagt so richtig ernste Sachen, wo man wirklich spürt, dass er etwas von Herzen rüberbringen will und Leute machen sich lustig über ihn. Das mag ich nicht. Vielleicht, man kann sagen, er ist irgendwo selber schuld, weil er sich so benimmt, wie er sich benimmt in gewissen Situationen. Aber das Problem ist einfach, man muss trotzdem sagen, Freunde, wenn jemand ernst etwas sagt oder wenn jemand lustig etwas sagt, dann müsst ihr auch dementsprechend dieser Person antworten. Und nicht über ihn jemanden lachen, wenn er ernst redet und nicht jemanden anscheißen, wenn er gerade lacht. Ich finde das nicht okay. So, keine Ahnung. Aber hey, Inschallah, wie gesagt, Friends. Ich bin Albano und Manu ist für mich ein richtiger Mann. Er hat kein böses Wort verloren. Er war korrekt im Ring und 100%ig, Bro. 100%ig. Genau meine Meinung, Walla. Das ist ja, guck mal, das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Ich schwörst dir, er hat sich nirgendwo aufgespielt. Er hat nirgendwo gesagt, er ist der krasseste, übelst, heftigste Typ und so weiter und so fort. Das ist halt das, Freunde, was wirklich an ihm sympathisch war. Am Ende des Tages, nachdem dieser Boxkampf vorbei war, er hat auch sehr, sehr sympathisch und nett darauf reagiert und nicht irgendwie Ausreden gesucht. Er hat nicht gesagt, dies ist schuld, jenes ist schuld, das ist unfair, dies ist unfair. Er hat einfach gesagt, ey, er ist in den Ring gestiegen, er hat gewonnen, sei ihm gegönnt, er hat die besseren Schläge gelandet und fertig. Und das muss man ihm am Ende des Tages hoch anrechnen. Weil ihr wisst, Freunde, andere Leute, wenn die in seiner Position wären, was hätten die gesagt? Die wären da gestanden, hätten irgendwie, keine Ahnung, Ausreden gesucht und so weiter und so fort. Und das ist halt das Traurige daran. Hast, glaube ich, die Streams verpasst. Er hat auch oft in den Streams Ansagen gemacht. Also beide haben diese Filme gemacht mit Ansagen und Beleidigungen. Glücksbild, safe! Safe, guck mal! Aber was ich einfach meine, ich habe das jetzt nicht intensiv seinen Urgroßvater verfolgt. Aber im Nachhinein, natürlich, der eine hat Statements gemacht, der andere hat Statements gemacht. Der eine hat den beleidigt, der eine hat jeden beleidigt. Und es war so eine Schlammschlacht gefühlt. Aber davor hatten die eine Auseinandersetzung und wo ich mir sicher bin, dass ich das gesehen habe, haben die dann gesagt, ey, wir haben dieses Problem geklärt. Hallas, es ist jetzt aus der Welt geschaffen und es herrscht hier zur Ruhe. Ich weiß nicht, was danach passiert ist, dass die sich wieder angefangen haben zu streiten und der eine das gesagt hat und der eine dies gesagt hat. Für mich war das immer so, als ob man diesen Kampf auf Krampf hinauf provoziert hat. So, was soll man sonst dazu sagen, Friends? Ich hatte wirklich das Gefühl, weil kurze Zeit lang, es war ja so gefühlt geklärt. Die haben ja ihren Streit so aus der Welt geschafft gehabt. Versteht ihr, was ich meine? Aber ja, Freunde, was soll ich machen? Guck mal, generell, viele Leute fragen mich, was ist meine Meinung zu dieser ganzen Sache mit den Boxen und so weiter und so fort. Wisst ihr, was ich komisch finde? Dieser Vibe. Also, ich weiß, ich werde mich bei manchen Leuten sehr, sehr unbeliebt machen, wenn ich das sage. Ist mir aber egal, weil ich stehe immer dazu, das zu sagen, was ich denke und was ich auch fühle. Und was meiner Meinung nach islamisch gesehen auch das Richtige ist in dem Moment. Aber ich finde, wir driften in eine ganz negative Richtung ab. Weil diese Boxveranstaltungen, die das Gefühl geben, der, der dem anderen in die Fresse schlägt, ist der, der im Recht liegt. Boah, das ist doch nicht so. Guck mal, was ist jetzt, wenn du irgendein Krüppel bist, der im Rollstuhl sitzt und irgendwas sagst, was richtig ist, ein Typ dich angeht, die irgendeine scheiß Meinung an den Kopf haut und dich verprügelt. Heißt das jetzt, du bist irgendein Kerl, der jetzt Unrecht hat? Nein, das bedeutet das nicht. Aber ich habe oft das Gefühl, dass in diesen Boxveranstaltungen das impliziert wird. Weil am Ende, die Leute schlagen sich die Köpfe ein und der, der den anderen besiegt hat, steht da und sagt so eine Sache wie, Ja, oh, guck mal, freut mich, dass du das verstanden hast. Nächstes Mal mach nicht deinen Mund so weit auf und so weiter. Was finde ich so dämlich? Weil guck mal, ein Typ, der wirklich intelligent ist, der muss doch nicht jemanden in die Fresse hauen, um seine Meinung zu untermauern. Also ich verstehe das nicht. Ich finde generell, das ist was Dummes, dass man so irgendwie versucht, in einer Argumentation weiterzukommen. Oder jemandem zu erklären, dass man Recht oder Unrecht hat. Weil das ist auf jeden Fall nicht das, was dir zeigt, dass jemand moralisch gesehen das Richtige oder das Falsche tut. Weil guck mal, du wirst ja auch nicht dein Sohn oder dein Kind irgendwie deine Meinung geigen, wenn ihr eine Meinungsverschiedenheit habt, indem du den verprügelst. Du willst dem doch mit deinen Worten erklären, ob du jetzt gerade was Richtiges sagst oder nicht. Also so sehe ich das. Und ich finde auch islamisch betrachtet, hasst mich oder liebt mich, hat für mich Boxen an und für sich als dieses, was in dieser Veranstaltung passiert. Nichts damit zu tun, dass es in irgendeiner Art und Weise vertretbar für mich mit meinem Glauben ist. Dass ich da hingehe und für eine gewisse Gage gegen irgendwen kämpfe, mich in die Fresse hauen lasse oder jemand anderen in die Fresse haue. Das hat für mich nichts mit Halal zu tun. Keine Ahnung, guck mal, ich verstehe schon, wenn man Kampfsport ausübt, wenn man Kampfsport lernt, um sich selber zu verteidigen. Aber dieses einfach geistig Verwirrte, dass man heutzutage versucht, Leuten beizubringen, dass das irgendwas Islamisches ist, wie Leute immer wieder sagen. Boah, Leute steigen in den Ring und sagen sowas wie, Inschallah, ich werde das machen, Inschallah, ich werde dieses machen. Alhamdulillah, ich habe gewonnen. Es war mein Nassib, dem in die Fresse zauern. Ich finde, das sind so unpassende Sätze, Chat. Ich finde, das hat, also ich weiß, ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Ich weiß, unpopuläre Meinung, weil in gewissen Kreisen heutzutage Kampfsport so als das Nonplusultra von der Coolness angesehen wird. Und jeder, der irgendwie sagt, dass das so ein bisschen verwerflich ist, ist so ein uncooler Opfer. Ich habe auch oft Kampfsport gemacht. Ich fand Kampfsport sehr, sehr cool. Ich fand Kampfsport schön. Man muss aber sagen, islamisch betrachtet, du darfst einem Menschen einfach nicht in die Fresse hauen. Das ist Fakt. Daran kann niemand was drehen, daran kann niemand was wenden und Punkt aus Ende. Wenn du wirklich professionell mit einem Sport wirklich Geld verdienen willst, keine Ahnung, geringen, mach Ringveranstaltungen, weil ringen ist islamisch betrachtet auch so nah. Ansonsten kann ich euch aus meinem Kopf heraus nichts anderes dazu sagen, Friends, so auf ganz sweet betrachtet. Ey, und ich weiß, in dieser Sache wird es wieder 10.000 Leute geben, die mich falsch verstehen. Irgendwelche Dinge hier links, irgendwelche Dinge hier rechts implizieren und denken, ich sage das auf Krampf, aber was soll man machen, Friends? Der, der mich verstehen will, wird mich verstehen. Der nicht, der wird mich nicht verstehen. Ich sage euch aber eine Sache. Ich habe auch viele private Freunde, Friends, die Boxen machen, die MMA machen, die auch privat sehr, sehr korrekte, liebe Leute sind. Es ist wirklich nie und nimmer mein Ziel, diese Leute zu verurteilen oder anzuprangern. Ich sage euch das einfach nur, wie es in meinem Kopf ist, damit ihr versteht, was meine Message am Ende des Tages gewesen ist. Es ist aber immer noch ein Unterschied, ob du im Sport kämpfst oder auf der Straße, Bruder. Bro, beides ist nicht okay. Beides ist nicht okay, Muri. Du sollst auch nicht auf der Straße rumgehen und Leute belästigen und denen in die Fresse hauen. Du sollst aber auch nicht in den Ring steigen, um Geld zu verdienen und Leuten in die Fresse hauen. Es ist beides nicht so wirklich moralisch gut, islamisch betrachtet. Das ist meine Message. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass es auf der Straße okay ist und im Ring nicht. Beides ist nicht gut. Ich finde, Kampfsport sollte man wirklich, also guck mal, falls ihr vollkommen meine Meinung wissen möchtet, meine Meinung ist, dass es wirklich vollkommen nur okay ist, wenn man sich selber verteidigt. Wenn man sich selber verteidigt, wenn man sonst Boxen zum Spaß macht, wenn man Sparring macht mit Kollegen, so und vollkommen geschützt ist, dieser, das finde ich okay, voilà. Chat, sowas habe ich ja selber öfters gemacht und das kann man ja auch nicht kritisieren. So, das ist ja auch am Ende des Tages keine Sache, wo du wirklich in den Ring steigst und dir denkst, ey, in meinem Kopf ist das Ziel, dem anderen gefühlt eine Gehirnerschütterung zu geben. Aber das ist halt eigentlich das Ziel hinter den Boxen. Oder bei MMA willst du sogar gefühlte Leuten die Knochen brechen. Und das ist halt einfach so. Und wenn du jetzt mit einem Kollegen Sparring machst, ist das ja nicht mal deine Intention. Du willst einfach deinen Kampfsport weiter ausüben. Du willst einfach besser werden, ihr wollt eure Skills austauschen, ihr habt Spaß am Sport und ihr vertreibt euch einfach nice die Zeit. Versteht ihr? Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, die ihr auf jeden Fall nicht so über einen Haufen werfen dürft. Und bevor die Leute mich fragen, also Hamid fragt ja schon besser gesagt, er fragt Meinung zu Khabib. Ich finde, man kann Khabib in keinster Art und Weise mit all diesen Leuten über einen Haufen werfen. Khabib ist ein Typ, er hat eine ganz andere Message gesetzt, Freunde. Er hat so viel Dauer mit den Leuten gemacht, er hat so viel Islamwissen weitergebracht, er hat so viele Leute vom Islam überzeugt. Oh mein Gott, und alleine seine Interviews, die er gegeben hat. Freunde, er hat Sachen gesagt, ich schwöre es euch. Guck mal, er wurde ja sogar gefragt, kannst du dir vorstellen, dass das, was du tust, das Richtige ist, dass du Leuten ins Gesicht schlägst? Er hat selber gesagt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass das gut ist. So. Und er hat selber gesagt, dass er sich in keinster Art und Weise in seinem Kopf sogar gedacht hat oder sich ausmalen kann, dass es sein könnte, dass es in irgendeiner Art und Weise was nice ist, andere Leute in die Fresse zu schlagen. Und er hat auch gesagt, bro, das fand ich krass. Er meinte, er hat immer versucht, immer im Bodenkampf zu kämpfen. Das war seine Intention. Er wurde manchmal gehatet. Er wurde manchmal kritisiert, weil Leute immer wieder gesagt haben, Ringen ist so langweilig, Bodenkampf ist so scheiße. Er meinte aber, das war sein Fokus. Er wollte weit kommen, ohne dass er den Leuten immer wieder in die Fresse haut oder die irgendwie in dieser Art und Weise verletzt. Und manchmal, wenn er Leute im Clinch hatte, hat er denen sogar gesagt, ey, bitte gib jetzt auf, damit ich dich nicht ernsthaft verletzen muss. Bruder, Chad, ich bitte euch. Alleine wegen diesen Aspekten, finde ich, kann man ihn nicht mit diesen anderen Leuten vergleichen. Er ist da ein ganz anderer Typ. No joke. Also, ich finde, das ist ein Weltunterschied. Wallah. Und auch erst recht, Freunde, er hat diese ganze Reichweite, die er da durchgenommen hat, gepackt, gebündelt und die ganze Zeit Aufklärung gemacht. Freunde, er hat so viel über den Islam geredet. Oh mein Gott, das ist heftig. Ihr wisst gar nicht, was für eine Auswirkung das auf Leute hat. Das ist crazy. Ich meine, alleine dafür finde ich, man kann ihn nicht unbedingt so mit diesen ganzen Leuten, wie gesagt, so in eine Kategorie packen. Man muss das immer so ein bisschen differenziert betrachten. Er hat es voll ausgenutzt. Einen, hundertprozentig, einen Anessa. Ey, und Freunde, und ich weiß wirklich, dass ich ganz viele Zuschauer habe, die Christen sind, Juden sind, Atheisten oder sonst was. Und bitte, wenn ich solche Dinge sage, fühlt euch nicht ausgeschlossen oder attackiert. Es ist einfach so, dass ich am Ende des Tages halt Muslim bin. Und deswegen, wenn ich solche Sachen beantworte, beantworte ich sie einfach mit meinem Kopf, der ja eher islamisch geprägt ist. Das heißt aber nicht, dass wir mit anderen Dingen keinen Spaß miteinander haben können oder Witze machen können. Weil ich merke, es gibt immer Leute, die fühlen sich da ganz schnell ausgeschlossen oder beleidigt oder irgendwie deformiert. Und so weiter und so fort. Bei Gott, das ist nie und nimmer meine Intention. In keinster Art und Weise. Deswegen fühlt euch da bitte nicht irgendwie benachteiligt oder so. Es ist halt einfach so, wenn Leute mich sowas fragen, dann muss ich das einfach aus dieser Ebene beantworten, in der ich es halt betrachte. Ringen macht sehr Spaß. Junge, Ringen ist sehr cool. Generell, jeder Sport ist cool. Ich sag das am Ende, guck mal nochmal, um es zu verdeutlichen. Es war in keinster Art und Weise, meine Intention zu sagen, dass Sport schlecht ist. Bro, ich find's so cool, wenn Leute Boxen machen, wenn die Muay Thai machen, wenn die Ringen machen, Wing Chun, Karate und so weiter. Bro, das ist so nice. Ich sprech da immer richtig Props aus. Generell für deine Kondition, für deine Gesundheit, für deinen Körper, für deine Mentalität ist das sowas Nices. Oder eines Tages, wenn du in einer Situation bist, wo du dich einfach verteidigen musst. Solche Situationen gibt's, kommt's vor. Wala, kann mal passieren, Chat. Ist das doch richtig nützlich. Das ist richtig, richtig nützlich. Aber auch da, damit Leute nicht einfach geistig verwirrt sind, bitte, Friends, wenn jemand auf der Straße, also ich sehe da ganz viele Videos auf TikTok, wenn jemand auf der Straße zu euch kommt, bewaffnet und euch bedroht, irgendwas von euch möchte, gebt ihm einfach das, was er will. Gebt ihm das, was er will und lasst ihn gehen. Bitte versucht keine Matrix-Moves, die ihr in TikTok gesehen habt, um ihm zu entwaffnen und ihm die Waffe wegzunehmen. Bruder, bitte, das ist so ein Bullshit. Wala, das ist so ein Bullshit. Ihr wisst gar nicht, wie viele Leute tagtäglich auf der Straße sterben, weil die irgendeinen Scheiß probieren und dem Typen die Pistole wegnehmen wollen. Bruder, bis du das probierst, du bist schon zehnmal abgeknallt worden. Das fuckt mich so ab, dass die Leute sich ihrer Verantwortung gar nicht bewusst sind und solche Cringe-Moves weiterbewerben. Das ist so dämlich wirklich, dass auch die Message jetzt so wirklich am Ende des Tages ist und ich finde, damit kann man auch die ganze Thematik gut abschließen. . Musik 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 Ich bin never gonna give you love like I'm sorry